Der Skispringer Hans Schmedh erluft über dem Kopf von Frau Uching. Den Moment hat der Pressefotograf Siegfried Kuhn 1971 in Mümliswil inszeniert für eine Reportage über einen mehrfachen Schweizer Meister. Ja, mit der normalen Ikon, jedes Mal fotografiert, wenn er gesprungen ist. Aber ja, achtmal oder neunmal fotografiert, das heisst, er ist acht oder neunmal drüber gesprungen über Frau Uching und von all diesen Aufnahmen ist eine einzige wirklich nach einem Tiptop gewesen. Der 91-jährige Fotograf aus Altavilla bei Morten hat noch ein scharfes Gedächtnis. Er erinnert sich noch an viele Begegnungen und Anekdoten aus seinem Berufsleben, wo er Sportler, Politiker oder Hiet Brigitte Barthau fotografiert hat, mit ihrem damaligen Liebhaber Günther Sachs, zu Gstaad in den 60er Jahren. Die erste Aufnahme, die ich vorhin gemacht habe, war vor dem Modenhaus Sciolina. Und sie hatte den Hang vor dem Kopf. Ich habe nachher gedacht, das ist ja nicht gerade gut für eine Aufnahme. Ich muss halt weiter nachgehen. Ich bin dann nachgehen gelaufen, durch das ganze Gstaad durch, habe eine Aufnahme nach der anderen gemacht. Und die letzte, vor dem Comestible, hat mir auch der Günther Sachs ganz böse angeschaut. Und da habe ich aufgehört und bin weggegangen. Nach der Gewerbschule in Bern hat er bei Fotoagentur ADP-Bilderdienst 1959 angefangen und eben bei Rignien-Bilderdienst gearbeitet. Dort hat er vor allem amerikanische, internationale Bilderagentur mit Fotos beliefert. Schlussendlich hat er bis zu seiner Pension 1995 für die Schweizer Illustrierten fotografiert. Ein Kollege vom Blick hat ihm dann gesagt, er soll doch seine Erlebnisse aufschreiben. Zehn Jahre später, nach diesem Gespräch, bin ich in meine Notizbüchle, meine Rapportbüchle, durchschauen und habe nachher Geschichte und Geschichte angefangen zu schreiben. Die fertige Fassung hat er vor gut zwei Wochen an der Vernissage im Stadtmuseum Aarau vorgestellt. Über 400 Seiten geben Einblicke in sein Schaffen von 1959 bis 1995. Bei seiner Arbeit hat ihn seine Frau unterstützt. Sie ist selber Fotografin. Die beiden haben sich in den 50er Jahren zu leise im Fotobetrieb von seinen Eltern kennengelernt. Hier hat sie zum Beispiel beim Lauberhorn-Rennen die Aufnahmen gemacht. Das letzte Rennen des Schranzes, als er total erschöpft an den Boden geredet und sich nachher an den Stöcken rauf hat, hat sie exklusiv gehabt, ohne dass die anderen Fotografen das gehabt haben. Im Buch ist auch das witzige Foto vom Bundesratsspüler auf dem Bundesratsausflug in Macklingen. Es hat geregnet und verrückt und der Bundesratsspüler hat sich davon gemacht wie ein 100-Meter-Sprinter und hinten dran ist noch einer vom Trampolin in der Luft oben. Der kommt gar nicht mehr oben runter, aber der bleibt jetzt seit Jahren lang dort oben. Sein Fotoapparat hat er schon vor ein paar Jahren weggelegt. Auf die digitale Fotografie umzustellen, hat er keine Lust gehabt. Alle seine Negatives sind im Rignier-Bilderarchiv Aarau. Alle seine Negatives sind im Rennier-Bilderarchiv Aarau.